Gussstahl war ab 1740 eine Bezeichnung für Stahl, der während des Herstellungsprozesses zu Halbzeugen gegossen wurde und später durch Umformen und Spanen seine endgültige Form erhielt. Damit wurde Gussstahl vor allem als Abgrenzung gegenüber dem nicht umformbaren Gusseisen und dem im Pudelverfahren gewonnenen Schmiedeeisen verstanden, das nicht gegossen werden konnte. Da das Schmiedeeisen durch den modernen Stahl verdrängt wurde und heute alle Stähle gegossen werden, ist die Bezeichnung überflüssig geworden. Der Begriff Stahlguss dagegen bezeichnete ursprünglich das Verfahren, flüssigen Stahl in Formen zu gießen, die schon die endgültige Form enthielten. Heute versteht man unter Stahlguss spezielle Stahlsorten, die sich für dieses Verfahren besonders eignen. Benjamin Hansmann entwickelte 1740 in England ein Verfahren. Den damaligen Zementstahl in einem Tegelofen umzuschmelzen und ihn so von seinen Schlackerresten zu befreien. Das Produkt wurde Cast-Stil genannt, woraus im deutschen Sprachraum das Wort Gussstahl wurde. Der Großteil seiner Produktion wurde nach Frankreich exportiert, wo es als Asia Fondue bezeichnet wurde und nicht als Asia Cool. Mit der Einführung des Bessemar-Verfahrens, dem darauf aufbauenden Thomas-Verfahren und dem Siemens-Martin-Verfahren zwischen 1860 und 1880, die die kostengünstige Herstellung von Gussstahl ermöglichten und das Pudelverfahren verdrängten, kam der Begriff Gussstahl außer Gebrauch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017